Okay, wollen wir zurück oder was? Oh Toni, alle Hallöchen! Jaja, aber ich warte noch bis die Sonne mich hier rauslässt. Außerdem will ich die Höhlenpassage da oben angucken. Ja, ich will die Höhlenpassage angucken. Wie lange wollt ihr eigentlich noch zocken? Ja, das ist eine gute Frage, das hab ich mich auch schon gefragt. Weil wir nehmen schon 4 Stunden 13 auf. So lange haben wir doch nie aufgenommen. Also noch nie... Doch, klar. Nee, 4 Stunden 13 haben wir noch nie aufgenommen. Safe. Nee, oder? Okay, da kommt man anscheinend nur von unten nach oben, ne? Ja, ich glaub das ist ein Ausgang, kann das sein? Ja, das kann sein. Oh mein Gott, das Spende, kein Schatten. Aber wo ist dann der Eingang? Warte mal. Wenn da der Ausgang... Ah, ich sehe... Wahrscheinlich hier so, wie macht man eine Markierung? Rechtsklick. Ja, da. Ja, kann ja sein, dass das da rüberführt, ja. Ja, da wird die Höhlen hochgerunnt. Oh, da ist ein Drehhand. Oh, da ist erstmal eine Bitch Slap gegeben. Slap auch. Oh nein, Drehhand! Dankeschön, ne? Dass ihr mir hier so ein Chaos zurücklasst. Oh ja, wir haben die Menschen grad aus dem Weg geräumt, Digga. Achso, okay. Nein, Toni! Mein Lightwolf. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist ein frisches Diebels. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! It's safe! Und let's go! Ach, das ist der wahr? Schlitz... Hey, ist doch schotten! Ah! Ich muss ein Tier aussaugen, da habe ich nicht. Bleib beim Creature Blade. Hey, ist doch kürzer oder nicht? Wie lang? Aber man muss echt... Ich weiß nicht... So, das stimmt. Man muss echt die... Man muss echt die Prozente aufgeben, Alter. Das ist total doof. Ja, das finde ich auch irgendwie komisch gemacht, vor allem... Um wieder Blut zu kriegen. Ja, vor allem, dass du nicht so Stück für Stück irgendwie... Oh! Dass du Stück für Stück nicht irgendwie... Ich dachte auch, dass wenn du bei der gleichen Kategorie bleibst... Ja, ich dachte auch. Deswegen hatte ich ja immer gesagt, ja, ich brauche einen Schurken. Ich brauche einen Schurken. Weil ich dachte, die Prozentzahl... Wenn ich bei einem bleibe, dass die dann hochstackt. Hm. Aber... Tut sie ja irgendwie nicht. Oder dass du so eins geh für Schurken, eins geh für Krieger, bla bla bla... Und das... Dann Stück für Stück baust du es auf. Oder irgendwie so, ne? Ja, halt, dass du halt bei einem Blut bleibst und dann kriegst du halt die Boni... Steigern sich dann halt immer weiter, aber... War ja nicht so. Aber so ist es überhaupt eigentlich ziemlich schwer skillbar. Aber vielleicht hört man das auch gar nicht. Boah, Alter. Guck mal, du siehst auf der Map... Du siehst auf der Map diese gelben Gebiete, was da für Loot ist. Was da für Loot ist? Siehst du auch? Oh mein Gott. Tatsächlich? Ja, was da... Oh. Das ist ja geil. Oh nee, Alter. Blutnot, was? Junge. Was geht denn jetzt ab? Ich kleb euch alle um. Äh, hier ist so überall roter Dunst. Warum? Ach, da wo Schatten... Ja, guck mal, wir leuchten doch rot, Digga. Wir sind... Mighty is fuck. Blutmond. Boost the effects of your current blood type bei 20%. An increased movement speed bei 10%. Hm. Mal wahr. Deswegen war die Nacht... War die Nachtzeiten rot oben. Ich habe mich schon gewundert, was das bedeutet. Sieh, du macht die Nacht zum Tag. Scheiß drauf, was der Nachbar sagt. Das ist der übelste Shurshot. Und wirklich... Hahahaha. Hahahaha. Mäh 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 mäh. Mäh 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 mäh. Mäh 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 mäh. Mäh 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 mäh. Ja. Mäh 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 mäh. Das ist ja irgendwie nerviger, aber irgendwie auch geile Beat. Jaaa. Hahahaha. Zäbiger. Hahahaha, Alter, wieviel Kupfer hier ist. Ich kann es einfach nicht liegen lassen. ja kupferne mit alter das brauchen wir ja ich habe so also mein ganzes inventar ist voll beziehungsweise eigentlich habe ich das meiste schon abgegeben ich glaube an jane ist habe ich verpasst war heute arbeitskollege hatte hatte übertriebenen ohrwurm von sophie sophie ja besser so schlimm ja ja es ist es ist ja es übel ist echt übel laufend morgens mittags abends wir wollen saufen kennt ihr das der hahn muss laufen so ein übelst da muss mittags laufen saufen hauptsache alkohol vor allem so übel schlecht gesungen auch irgendwann ist einfach alles nur noch ja 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 so ein gegrubbel nichts mehr wir müssen schmeißen für dinger waterfield kantine ich weiß nicht was das tag das ist irgendwie verwirrend weil ja weil wir jetzt so gut sehen können sozusagen oder was weil wir und kiere sind und bluten wir sind übelst bustet wir sind aber richtig steckt also ist jetzt die nacht zum tag geworden 31 prozent schön 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 wertvolles blut da sind blut rosen und solch nichts mehr am stesse hier haben inventar platz jetzt habe ich blut 31 prozent increase parmium attack speed alter mein inventar ist so zum bersten gefüllt raubärsten oder junge hier geht ja ein krieg von statten toni 38er wollen wir den kleppen oder was ach der toni ach der toni das sind viel zu viele obwohl ich glaube die könnte ich kleppen aber ich glaube ich einfach mal drauf scheiß doch einfach mal auf die scheiße warte hier sind hier ist ein feinsteller und machen mini von der miliz läuft ja schön 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 lass mal hier in die sonne stellen und dann sagt es mänteln wir leben wir leben das vampir leben einfach ja ich glaube ich habe einfach mich die ganze zeit aufgehalten weil ich habe so viel kupfer gefunden und edelsteine auf dem weg aber ich bin jetzt auch gleich da sehr froh du bist nicht der boy der silber trägt und kein wolf nutzen kann ja das stimmt da gehe ich erst mal in wolf form kein problem nicht dafür danke ne oh schön 251 ziegel so ich bin auch an der base 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 da soll ich dir die sachen direkt einschmelzen und so also hier das erz direkt oh ok die frage hat sich gerade geklärt die ist komplett überfüllt vielleicht sollten wir uns eine zweite schmelze holen ja edelstein staubschleisten es gibt eine extra staubkiste sagt mir wie weit wie weit muss man gehen sag mir wie weit wie weit wie weit wie weit über sieben drücken musst du gehen oh ne was soll das eigentlich mit sieben drücken was soll er damit sagen schnall ich irgendwie nicht dass du über sieben drücken gehen musst naja aber wofür steht brücke ich verstehe die metapher nicht ich glaube die metapher steht für brücken wird ja so gefragt so was hat sich eigentlich dabei gedacht und so naja halt ne brücke man geht halt über ne brücke ich wette es mal genauso stumpf und warum sieben naja weil es halt sieben brücken sind ja jetzt wird hier alles zugemüllt ja jetzt wird hier alles zu glaube ich ja janus janus ist der müllmeister müllmann auch ja hä warum ist ein schleifstein bei metallen und lehm auch nicht ey lehm 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 schwefel ist staub ne ja dann mach ich das auch mit zu staub aber ich seh schon kommen dass ich sowieso schwefel ist kein staub schwefel ist schwefel ich seh schon kommen dass ich sowieso alles wieder neu ordnen muss wenn ich das jetzt hier alles durchgegangen habe so warte musst du dich bei accessing in kassel hart hier kennen habt ihr die säge jetzt alle rausgeräumt oder wie jetzt was weiße wieso hä hier steht nur noch der eine sarg brauchen wir die nicht mehr oder äh stimmt hast du die neu gebaut rymond was du hast noch die säge abgerissen hast du die neu gebaut nein hab ich nicht hab ich nicht gut weil du kannst hier drin keine baue und keine holzsäge ah ja ich erinnere mich stimmt stimmt ach das ist also ein pvp ok oh wir haben glas ich hab glas gefunden fishing pole ok oh glas ist gutes brauchen wir für upgrade ja also ich hab jetzt nur ein einziges gefunden ne aber ja ja alles gut mach ich mal bei crafting rein ach wir haben ratten vor mir auch freigeschaltet ne ne ratten haben wir nicht freigeschaltet so vampire waygate outdoor hä was zur hölle habt ihr denn hier gemacht die knochenkiste ist sinnlos gefüllt mit einem äh wie viel scheiß das ist anstrengend wenn ich das alles machen increase garlic resistance rating bei 25 garden floors unlocked ability to build outdoor garden floors geil alter äh es gibt irgendwie ein boss wenn wir den klippen dann kriegen wir ein portal was wir selber bauen können ne oooh das ist schon ziemlich mächtig glaube ich ne das ist total schwach das ist glaube ich total schwach und so glaube ich glaube das ist total schwach mann leute warum schmeißt ihr den neuen müll einfach immer in irgendwelche kisten wer war das ich weiß diese person wird sowieso nicht spuck es aus dennis spuck es aus bone ah ne ratten ja können wir die ratten erstmal hier reinpacken ne aber mal ehrlich also das ist sehr nervig wenn ich jetzt immer wieder die ganze kiste aussortieren muss und wieder rein und raus und ähm das ist ein bisschen lästig muss ich ganz ehrlich sagen ne ich glaub ich glaub nicht glaub nicht eigentlich total geil äh hammer 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 übelst geil ach dafür brauchen wir die waterfield cantine um clay mold zu machen also nasse ziegel james oh nein alles klar beste song hab schon mal welche gemacht ne hier sind noch welche never ending story so ja was ja ich würd tatsächlich ja gern das schwert ich würd gern mit dem schwert verhalten stumm das ist staub nein jetzt längs mach dir das kuffer shirt oh die du zuckerschnute also ich würd jetzt auch abhauen zockt ihr noch weiter oder ach so ja ähm ich würd dann auch gleich die aufnahme beenden ich sortier jetzt noch eben den müll ein ok und dann äh ist auch feierabend also wir haben jetzt so viel aufgenommen äh äh warte ich denn nochmal lehm ach ja hier unten hey roll ich hab ne water bottle water water a water bottle 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 die folge ist so geil alter hast du nicht geguckt mittlerweile ne noch nicht das ist einfach der wahnsinn mülleimer scheiße der mülleimer ist voll sie kamen von hinten ja oh fuck oh fuck oh fuck immer noch kein dach boah das sieht voll geil aus mit dem Stein aber jetzt ist der Mist wieder breitet sich grad aus dann können wir hier wieder rumlaufen ah ähm ähm fischöl packe ich mal zur alchemie dann stoffe packe ich hier rein also wir haben echt viele sense ne ja haben wir primal blood essence friede boden und die werkpunkt unbeflecktes herz und exquisites herz alter ein schönes beton wir haben die schmiede wo wir noch nicht ich brauche mal hier so eine kiste da kannst du es zwischen dem wegschmeißen naja die ja sehr gute mülleimer eine mimik eine mimik aber ich würde sagen dann nehme ich mal das aus dem müll einmal raus und werft das alles rein ja halt warte wir können einmal können wir behalten verlieren so das ist Müll und da ist nochmal Kupfererz das kommt zum Metall das passt nicht mehr rein das Wasser so und irgendwer hat seine Axt hier reingeschmissen die packe ich jetzt auch mal in den Mülleimer hier ist der Mülleimer oooh der Verschlinger was macht der? der zerstört oder wie? wie geil aus ey der recycelt die der recycelt die ach nice ah das ist natürlich geil der Verschlinger ey jo das ist übertrieben süd gut dann baue ich hier nochmal den Stuf an den ich hier gefunden hab nom 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 ja also ihr wollt ja dann eh gleich aufhören äh Tony wollen wir uns dann mal auf dem pvp-server umschauen oder was? ja wo seh ich uns so hervorragend ähm wollen wir uns irgendwo gemeinsam ausloggen bräuchten vielleicht hä das ist ja übelst von Diablo geklaut die Säke ja das Problem ist wir kriegen ja A Stone Coffin erst und äh ansonsten müssten wir halt Holzsäke hier oben platzieren und das ist halt können wir uns so sparen oder? ach so verstehe stimmt ja gut alles klar ja dann äh machen wir Feierabend ne würd ich sagen mhm ok ja also wir haben ja also das war ja jetzt die erste Session das war ja wir haben ja Bosse geklatscht wir haben uns schon eine kleine Base gebaut und auch Böden wir haben aber immer noch kein Dach ne ähm ja dauert glaub ich noch ein Ballchen aber trotzdem übelst der krasse Punkt wir hätten jetzt genug wir hätten jetzt genug für für 28 Wände ja das machen wir aber beim nächsten Mal ne würd ich sagen mhm und ähm ähm ich weiß nicht genau ob dann Toni und Linus auch dabei sind das äh wissen wir noch nicht das machen wir spontan aber äh war auf jeden Fall richtig krass und ich find das ist auch ein sehr interessantes Game muss ich wirklich sagen ähm und ich hab richtig Bock weiter zu zocken tsch ja ähm aber ich äh bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein und ich würde sagen bis zum nächsten Mal tschau 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 Das war's für heute.